moin leute und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen tutorial heute geht es ein bisschen um den nahverkehr wie ich persönlich meinen nahverkehr auf der ja in den städten plane sag ich mal so und wir sind wieder auf der community map diesmal habe ich den stand von dem download erreicht also berlin hat jetzt hier gerade mal 6200 einwohner und ja ich möchte euch ein bisschen den nahverkehr erklären wie ich das immer mache und dafür schalten wir hier einmal das tool ein wunderbar also lieber user der sich das gewünscht hat ich baue eigentlich generell kann man eigentlich sagen mein bahnhof immer zentral in der stadt zentral gut hier das wächst noch zentral aber hier in den großen städten sehen wir der bahnhof liegt zumindest der bahnhof ausgang liegt immer zentral und daran angeschlossen ist bei mir hauptsächlich eine normale haltestelle die man hier jetzt nicht sieht wo ist er denn ach ja oder also normale haltestelle oder einfach so eine plattform geht natürlich je nachdem wie man platz und lust hat ja und man muss natürlich irgendwie vorher planen ok wie viel linien möchte ich denn jetzt eigentlich hier haben möchte ich jetzt noch eine haben möchte ich zwei drei vier haben vielleicht und ja man kann ja auch nach und nach ausbauen aber ich möchte euch das mal ganz kurz hier was mal in zürich zeigen dass die stadt noch ich sag mal ziemlich klein ok 3000 ist nicht wirklich klein also fangen wir mal mit schönbeck an das ist eine normale stadt die hat knapp 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 ja die hat 200 einwohner habe ich eine buslinie eingerichtet und zwar einmal hier oben vom flughafen das ist aber mal unwichtig aber hätte ich jetzt hier zum beispiel den bahnhof hätte ich jetzt hier oder hier je nachdem ja hier reicht eigentlich auch noch ein band quatsch eine bushaltestelle gemacht wie man sehen das erreicht eigentlich so gut wie die ganze stadt aber ich habe dann noch einen kleinen rundkurs draus gemacht also hier hinten noch mal extern die wohngebiet das wohngebiet abgegriffen und hier genauso und dann einfach hier eine rundlinie draus gemacht so also mehr wie drei linien würde ich euch in der anfangs in der anfangsstadt auch nicht wirklich empfehlen denn mehr lohnt sich einfach nicht zudem sind ist er mit diesem bereich alles abgedeckte industrie ist abgedeckt hier das gewerbe ist abgedeckt und hauptsächlich hier hinten das wohnen der wohnbereich viele werden aber natürlich jetzt zu fuß laufen denn der weg ist natürlich noch nicht so weit jemand zum beispiel dann hier nach zürich die hat schon 3000 einwohner da sieht es dann schon ein bisschen anders aus wenn ich hier mal ein bus erwische so und zwar wie wir hier sehen die stadt ist ein bisschen zweigeteilt und es gibt eigentlich immer eine zentral durch die stadt führende da habe ich euch sagen straße das wäre einmal hier das wäre diese straße und im anderen fall wäre es diese straße so ihr könnt eigentlich immer davon aus gehen immer da wo der name ist ist auch die zentrale straße also einfach eine ziemlich gerade straße durch die durch die durch die durch die stadt durch so habe ich mich halt hier entschlossen den bahnhof hier hin zu bauen ich hätten wo die stadt klein war hat es natürlich super gepasst habe gleich einen busbahnhof daneben gebaut und wie man sieht ich habe zwei linien draus gemacht und zwar habe ich einmal gesagt ich nehme mir hier den linken bereich wo er einmal diese straße entlang läuft und ich nehme hier einmal den rechten bereich wo diese straße entlang läuft und habe es einfach aufgeteilt also ich nehme einmal hier natürlich liefere ich hier die leute zu dem zu dem bahnhof ab gehe dann hier oben übers industriegebiet finde ich aber persönlich nicht so wichtig denn viele laufen diesen weg ja das ist mit dem bus einfach zu kurz man könnte natürlich noch ein bisschen hochsetzen vielleicht würden sie dann den bus nehmen denn das verkürzt natürlich ein bisschen die fahrzeit oder das verkürzt ein bisschen sozusagen den weg was sie eigentlich laufen müssen müssten und ich greife eigentlich in jeder linie greife ich zumindest wohngebiet und gewerbe an also da kratze ich das ein bisschen an industrie packe ich nur in bestimmte linien rein und hier in dem fall wäre es jetzt zum beispiel dabei dann würde ich hier rüber gehen da ist noch hauptsächlich gewerbegebiet dann wären wir hier vollkommen im wohngebiet hier runter man könnte natürlich jetzt noch sagen hier eine eine haltestelle dann würden sie hier außen umfahren dann würde sich die stadt auch ein bisschen hier vergrößern denn eine haltestelle fügt natürlich auch beliebtheit hinzu ja das heißt hier würden häuser gebaut und des weiteren ja und dann geht es hier noch mal weiter auch voll im wohngebiet drin dann hier zum bahnhof die andere linie sieht dann so ähnlich aus wir haben auch hier hier haben ein mischgebiet ist natürlich perfekt für eine buslinie eigentlich greift eigentlich auch alles ab hier oben noch mal ein bisschen industrie und dann auch zum bahnhof so das wäre zum beispiel eine art wie man zwei linien in der stadt machen kann das wäre auch ein beispiel einer ringlinie oder einem nicht wirklich ringlinie sondern ja sozusagen der anfangs und endpunkt liegt sozusagen immer gleich die müssen hier reinfahren und ja in berlin habe ich ein bisschen anders gelöst in berlin habe ich vier linien gemacht wie man kurz sehen um es euch zu zeigen ich habe sogar fünf der fünfte ist aber eigentlich unrelevant irrelevant sagt man so wir beginnen mal hier mit der ersten linie oder mit den ersten beiden das sind jetzt wirklich jährigen linien und zwar ausgegangen immer hier von der bus haltestelle am bahnhof und dann habe ich sozusagen einmal gesagt okay ich gehe auch wieder über die zentrale straße das wäre in diesem fall diese hier macht hier diesen kleinen knick rein aber ich glaube den habe ich sogar selber gemacht den hier und die antrittszentrale straße wäre in diesem fall diese hier führt hier runter würde in dem fall nur bis hier gehen denn hier nach hinten ist der fluss das kann man nicht so ganz mit einberechnen das ganze würde dann bis hier laufen also das habe ich dann wie folgt gemacht linie läuft dann hier einmal hier volle kann ins industriegebiet rein wie gesagt hier habe ich jetzt gemacht weil das industriegebiet hat sich schon ziemlich ausgebaut und ist auch schon ziemlich groß und es ist ein bisschen weiter weg vom bahnhof weshalb die leute auch eher dann den bus nehmen wie wir hier sehen ja wir warten hier die ganzen leute möchten mit dem bus wieder zum bahnhof zurückfahren das ist natürlich cool was wir was wir was ich in dem fall noch nicht angeschlossen habe was ich gestern privat gemacht habe ist hier das wohngebiet könnte man hier jetzt zum beispiel noch mitnehmen über diese straße würde reichen denn diese straße nimmt eigentlich sehr viel mit hätte man noch machen können kann man machen wenn man will und führt dann auch hier nochmal über den abstecher wieder zum bahnhof zurück und das habe ich in beide linien in beide richtungen gemacht denn würde zum beispiel hier einer einsteigen und der möchte nach hier müsste der einmal komplett außenrum fahren und das dauert natürlich viel zu viel zu lang und der würde laufen so linie drei und vier sehen so ähnlich aus was ich auch immer mache ich lasse eigentlich jede linie an meinem hauptbahnhof starten egal wie oder ich lasse daran vorbei fahren so mache ich persönlich immer dass die zwei linien sehen nun so ähnlich aus es sind auch zwei ringlinien in also gegenläufig starten auch wieder hier gehen dann hier unten entlang nehmen hier hinten das wohngebiet mit größtenteils und gehen dann hier über die andere uferseite denn die wissen wir auch irgendwie bedienen selbstverständlich und gehen dann hier über die brücke noch mit einem kleinen abstecher hier zu dem neu erstellten wohn- und industriegebiet mit zwei haltestellen gehen wir dann auch wieder zurück zum hauptbahnhof so und falls ihr euch fragt ja was ist mit dem mischmasch hier oben wie gesagt ihr müsst immer den den bereich der haltestelle sehen also ich habe eigentlich im grunde schon ziemlich viele haltestellen gebaut denn wenn wir sehen den einzugs bereich hier und der nächste wäre schon hier das überlagert sich aber ich finde überlagungen gar nicht mal so schlecht fand ich in train fever schon gar nicht mal so schlecht denn sonst müssten die leute wie wir hier sehen die würden die häuser hier hinten würden eigentlich noch zu dieser haltestelle hier gehören aber müssten die erstmal hier komplett die straße runter laufen und dann wäre die natürlich total überfüllt dem kann man mit den haltestellen gut auch den weg der linie fest festlegen fehlen klar man kann das natürlich auch mit weg punkten machen aber die fehlen bislang noch finde ich noch ein bisschen schade die werden aber hoffentlich noch nachgeführt nachgereicht und natürlich ist dann auch immer die frage nehme ich jetzt trams nehme ich jetzt ja trams oder züge trams oder busse tschuldigung ja ich mache das immer nach lust und laune manchmal mixe ich auch in einer stadt wenn ich zum beispiel merke okay da ist viel da warten zum beispiel viele nämlich zum beispiel eher eine tram aber ich nehme größtenteils immer bus weil ich eigentlich sonst immer vergesse die tramlinien oder die tram gleise zu machen zudem die busse auch kleiner sind das heißt es passen dann auch mehr es passt auch mehr städtischer verkehrt dann auf die straße denn ich upgrade eigentlich nicht gerne auf vier spurig warum fragt mich nicht keine ahnung na es sieht einfach nur so heftig aus wenn zum beispiel jetzt die ganze stadt hier klar hier um den bahnhof rum mache ich dann schon vier spurig denn da ist auch wie gesagt viel verkehr und ja so würde ich einen einen nahverkehr in einer großen stadt machen zudem würde ich mit einer linie niemals so eine große stadt abdecken der der bus ist immer voll und der tag man muss man müsste so viele busse da drauf setzen und er wäre halt immer voll wenn hier zum beispiel eine einsteig einsteigt und er würde noch komplett durch die ganze stadt vielleicht noch hier rüber fahren und dann erst zum bahnhof der passagierter hier einsteigt ja also die meisten leute habe ich auch gemerkt die meisten leute wollen einfach zum bahnhof und dann dort irgendwie weiter fahren und vom bahnhof natürlich dann wieder zurück ist logisch ja aber wenn man hier schaut hier warten viele leute auf der seite die die richtung geht zum bahnhof hier warten gleich viel aber die linie geht auch wieder zum bahnhof ja hier genauso die die seite hier geht zum bahnhof ja also man sieht viele leute möchten einfach zum bahnhof um von dort einfach weiter zu reisen und deshalb würde ich euch würde ich euch empfehlen macht lieber dann mehr linien in einer stadt aber ich würde nie mehr als vielleicht acht oder näherst neun wäre schon das maximale an halte stellen was ich in was ich auf eine linie packen würde also neun ist also ich würde eher sagen maximal acht halte stellen einfach damit damit die damit die leute schnell und bequem zum bahnhof kommen weil sonst müssten die durch die komplette stadt durchfahren das bringt einfach nichts deshalb dann eher kürzere linien man könnte zum beispiel sagen ja nochmal als beispiel hier könnte man dann auch einen großen großen busbahnhof hinbauen und sagt und sagt dann ich fahre dann einmal hier rüber fahr hier rein nimm nur diesen dieses gebiet hier mit und fahr dann wieder zurück ja das reicht völlig das wären dann es wäre dann hier eins dann würde ich vielleicht hier eine platzieren hier zwei drei vier fünf und dann wieder zurück werde ich also fünf halte stellen mehr ich würde in dem fall gar nicht mehr machen ich würde dann nicht sagen okay ich nehme hier vielleicht noch was mit also acht würde ich da euch echt euch empfehlen das als maximales zu nehmen ihr könnt natürlich auch mal neu nehmen klar aber muss dann auch mehr busse drauf schicken und so weiter und so weiter aber das wäre es dann erstmal hier von dem nachverkehr falls ihr noch irgendwelche fragen habt hierzu ja oder noch probleme habt dass euer nachverkehr nicht funktioniert oder des weiteren dann schreibt doch einfach eine nachricht hier in youtube oder im forum oder des weiteren wo ihr auch immer wollt und dann helfe ich natürlich wir können uns darauf ein community test treffen und des weiteren aber ich wünsche euch noch einen schönen tag und vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal ciao